Vorlage Infobox Gemeinde in Deutschland Wartung Art Unbekannt Worms VMS Im Dialekt VMS ist eine kreisfreie Stadt im südöstlichen Rheinland-Pfalz und liegt direkt am westlichen Rheinufer. Das Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums liegt jeweils am Rand der Metropolregionen Rhein-Neckar und Rhein-Main. Die heutigen Bewohner der von den Kelten gegründeten Stadt Wetteifern mit Augsburgern, Trierern und Kemptenern um den Titel der ältesten Stadt Deutschlands. Worms ist der deutsche Vertreter im Most Ancient European Towns Network. Bekannt ist Worms als Nibelungen- und Lutherstadt und für seinen Dom, der neben dem Mainzer und dem Speyerer Dom einer der drei romanischen Kaiserdome ist. Worms war überdies ein Zentrum aschgenasisch-jüdischer Kultur in Deutschland. Geografie Worms liegt im Ostteil von Rheinland-Pfalz in der oberrheinischen Tiefebene. Es befindet sich im Südostteil der Region Einhessen zwischen Mainz im Norden und Ludwigshafen im Süden am linken westlichen Rheinufer. Im nördlichen Stadtgebiet mündet die Pfröm in den Rhein. Die südlichen Stadtteile werden vom auch in diesen Strom mündenden Eisbach durchflossen. Im äußersten Südosten der Stadt verläuft der Unterlauf des Eckbachs, der ebenfalls in den Rhein fließt. Im Südwesten, 15 Kilometer entfernt, liegen die Ausläufer des Pfälzerwalds, im Westen die Hügellandschaft des Wonnegaus. Jenseits des Rheins schließt sich an die Ebene der hessische Teil des Odenwalds an. Die niedrigste Stelle von Worms liegt mit 86,5 Meter Ü. NHN beim nördlichen Stadtteil Ebersheim auf der ehemaligen Flussinsel Ebersheimer Wörth. Die höchste Stelle befindet sich mit 167 Meter an der westlichen Stadtgrenze zwischen dem Stadtteil Pferdersheim und dem westlich angrenzenden Niederflörsheim. Unmittelbar an der Niederflörsheimer Straße. Einzugsgebiet als Mittelzentrum ist Worms dem Wonnegaus mit den Verbandsgemeinden Eich, Monsheim und Wonnegaus direkt zugeordnet. Zum Einzugsgebiet der Stadt gehören ferner Teile des hessischen Rieds sowie der nördlichen Vorderpfalz. Worms liegt im Norden der Metropolregion Rhein-Neckar bzw. im Südwesten des Rhein-Main-Gebiets und gilt aufgrund seiner Lage gleichzeitig als Bindeglied zwischen diesen Verdichtungsräumen. Deshalb gehört die Stadt raumplanerisch sowohl zur Planungsregion Rheinhessen nahe als auch zur Planungsregion Rhein-Pfalz, die vom Verband Region Rhein-Neckar planerisch betreut wird. Stadtgliederung Worms ist in acht Stadtbezirke mit 19 Stadtteilen gegliedert. Die 13 eingemeindeten Stadtteile, die gleichzeitig neben der zentralen Gemarkung Worms Gemarkungen bilden, besitzen als Ortsbezirke jeweils Ortsbeirat, Ortsvorsteher und Ortsverwaltung. Sie legen mit großem Selbstbewusstsein Wert auf die Erhaltung ihres typischen Charakters. Stadtteilbezogene Weinfeste finden zum Beispiel im Hernsheimer Schlosshofe der früheren Fürsten von Dallberg oder an den mittelalterlichen Stadtmauern von Pfedersheim-Stadt. Zwei nur Hauptwohnsitz, Stand 31. Siehe auch, Klima aufgrund seiner Lage in der oberrheinischen Tiefmine zwischen Pfälzerwald und Donnersberg im Westen und dem Odenwald im Osten ist Worms einer der wärmsten und trockensten Orte Deutschlands. Das langjährige Mittel der Lufttemperatur des Zeitraums 1951 bis 1980 beträgt 10,3 Grad Celsius. In den vergangenen Jahren wurde eine Steigerung des Jahres mittels der Lufttemperatur beobachtet. So betrug im Jahr 2008 die gemittelte Lufttemperatur an der Hagenstraße 12,2 Grad Celsius, während im gleichen Zeitraum 5 Kilometer weiter westlich in Worms-Leiselheim eine gemittelte Lufttemperatur von 11,3 Grad Celsius gemessen wurde. Die Lufttemperatur betrug für das Jahr 2007 an der Hagenstraße 12,7 Grad Celsius und in Leiselheim 11,7 Grad Celsius. Die gemittelte Niederschlagsmenge des Zeitraums von 1961 bis 1990 beträgt 608 Millimeter. Der Niederschlag fällt vor allem in den Monaten Mai, Juni und Juli. Im Jahr 2008 betrug der Jahresniederschlag an der Hagenstraße 492,2 Millimeter. Während im gleichen Zeitraum 5 Kilometer weiter westlich in Worms-Leiselheim ein Jahresniederschlag von 529,4 Millimeter gemessen wurde. Die Niederschlagsmengen betrugen für das Jahr 2007 Hagenstraße 545,8 Millimeter, Leiselheim 622,6 Millimeter. Die Niederschläge sind niedrig. Sie liegen im unteren Viertel der in Deutschland erfassten Werte. An 23 Prozent der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der Februar. Die meisten Niederschläge fallen im Juli. Im Juli fallen zweimal mehr Niederschläge als im Februar. Die Niederschläge variieren verhältnismäßig stark. An 69 Prozent der Messstationen in Deutschland werden niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert. Das langjährige Mittel beträgt 1.709,7 Stunden. In den vergangenen Jahren wurde in Leiselheim eine Steigerung des Jahres mittels der Sonnenstunden beobachtet. Im Jahr 2007 gab es 2007 STD Sonne eine Abweichung zum langjährigen Mittel von plus 297,3 STD, bzw. plus 17,4 Prozent. Im Jahr 2008 wurden 1.886 Stunden ermittelt. Das ist eine Abweichung zum langjährigen Mittel von plus 176,3 STD, bzw. plus 10,3 Prozent. In den Jahren 2009 und 2010 waren die Abweichungen noch markanter. plus 343,3 STD, bzw. plus 20,1 Prozent und plus 357,3 STD, bzw. plus 20,9 Prozent im Jahr 2010. Geschichte Hauptartikel Die älteste überlieferte Form des Ortsnamens ist keltischen Ursprungs und wird auf einen Begriff für Wasser oder Quelle bzw. die davon abgeleiteten Namen eines Gottes Bormo oder eines Flüsschens zurückgeführt. In der latinisierten Endung Magus hat sich das keltische Wort für Füllt, Wiese, Ebene erhalten. Der Name würde also Quellenfeld, Feld des Bormo oder Feld an der Bormita bedeuten. Das nachmalige Worms wurde Hauptort des halbautonom Verwaltungsbezirks Civitas Vangionum. Dieser war nach dem hier seit dem ersten nachchristlichen Jahrhundert ansässigen Stamm der Vangion benannt. Vangione nannten sich die Wormser noch bis in das 16. Jahrhundert. Von dieser Bezeichnung ist der Name Vangengau für die Umgebung von Worms abgeleitet, der dann vom Volksmund in das verständlichere Wonnegau umgesetzt wurde. Der deutsche Name Worms wie die Stadt seit dem 6. 7. Jahrhundert heißt geht jedoch auf das gallo-keltische Borbetomagus, Bormitomagus zurück. Durch einen späteren Lautwandel wurde das Anlautende B zu W. So wandelte sich Borbetomagus in der Sprache der germanischen Siedler im Frühmittelalter schließlich zu Wormazfeld, Wormazia, Wormazia, Wormazia und am Ende zu Worms. Die lateinische Form Wormazia ist im alten hebräischen Namen der Stadt, die im Mittelalter eine bedeutende jüdische Gemeinde aufwies, als Wormazer noch erhalten, Stadtentstehung bis 9. Das Stadtgebiet von Worms wurde erstmals in der Jungsteinzeit etwa um 5000 v. chr. von Ackerbauern und Viehzüchtern besiedelt, während die ältere Forschung eine sehr hohe Siedlungskontinuität für den Bereich von Worms seit dieser Zeit postulierte, die sich auch in einem bereits frühzeitig funktionierenden Markt- und Verkehrswesen niedergeschlagen habe. Gehen neuere Publikationen von einem Wechsel zwischen besiedelten und siedlungsfreien Phasen aus. Letztmals wird für die Mitte des 1. Jahrhunderts v. chr. für Worms und Rheinhessen eine mindestens 60 Jahre dauernde weitgehende Siedlungslehre angenommen. Auf der unscheinbaren Anhöhe Adlerberg am Rhein im Süden von Worms wurden von 1896 bis 1951 insgesamt 25 Gräber aus verschiedenen Zeiten entdeckt. Davon stammen nach heutiger Kenntnis acht Gräber von der Adlerbergkultur aus der Frühbronzezeit. Um die Erforschung dieser Funde hat sich der Wormser Arzt Karl Kühl verdient gemacht, auf den der Begriff Adlerbergkultur zurückgeht. Seit der augustäischen Zeit gehörten Worms und sein Umland zum römischen Herrschaftsgebiet. Ab Beginn des 1. Jahrhunderts n. chr. bis etwa 85 n. chr. existierte auf dem Boden des heutigen Worms ein römischer Militärstützpunkt. Die zugehörige Zivilsiedlung mit dem aus dem keltischen stammenden Namen Borbetumagus wurde Haupthort der Civitas Vangionum und entwickelte städtische Strukturen. In fränkischer Zeit setzt die gesicherte Wormser Bischofsliste mit Bischof Berchtulf ein, der 614 an der Pariser Synode teilnahm. Die frühen Bischöfe Amandus von Worms und Rupert von Salzburg zählen zu den Heiligen der katholischen Kirche. Amandus wurde Patron des Bistums und der Stadt Worms. Unter den Karolingern bildete Worms eines der Machtzentren, so dass seine Bischöfe im 8. und 9. Jahrhundert dem Königshof nahe standen. Mittelalter und frühe Neuzeit im 9. Jahrhundert machte Kaiser Karl der Große Worms zu seinem Wintersitz. 829 und 926 fanden Reichstage des Ostfrankenreiches in Worms statt. Zu dieser Zeit war Worms, das im 9. Jahrhundert noch eines der karolinglischen Machtzentren gewesen war, durch die fränkische Reichsteilung schon in eine Randlage gerückt. Auf dem Hoftag zu Worms im Mai 961 ließ Otto der Große seinen siebenjährigen Sohn Otto II. zum Mitkönig erheben. Am 2. Februar 965 feierte Otto I. nach der Rückreise von Italien in Worms den Jahrestag seiner Kaiserkrönung und im August 966 regelte er in Worms die Vertretung für die Zeit seiner neuerlichen Abwesenheit. 976 erhielt Otto von Worms das neu geschaffene Herzogtum Kärnten zu lehnen, das vorher ein Teil Bayerns gewesen war. Mit den Salieren begann der Aufstieg der Stadt zu ihrer größten Blüte. 1074 erlangte sie die Zollfreiheit. 1076 fand hier ein weiterer Hoftag statt auf dem König Heinrich IV. Papst Gregor VII. Für abgesetzt erklärte und dafür umgehend mit dem Kirchenbann belegt wurde. Eine der Folgen dieser Ereignisse war dann der Gang nach Canossa. 1122 wurde in Worms das nach der Stadt benannte Wormser Konkordat geschlossen. In dieser Zeit bildet sich die städtische Verfassung mit einem selbstständig agierenden Stadtrat als Vertreter der Bürgerschaft heraus. Nach dem Untergang der Salier 1125 verbanden sich auch die Staufer eng mit der Stadt. 1184 räumte Kaiser Friedrich Barbarossa der Stadt umfangreiche Freiheitsrechte ein, was als Begründung der Reichsstadt gelten kann. Das 12. Jahrhundert war dann vom Beginnenden Streit zwischen dem Bischof und dem Stadtrat um die faktische Herrschaft über die Stadt geprägt. Ein Konflikt, der bis ins 16. Jahrhundert andauern sollte. 1495 fand unter Kaiser Maximilian erneut ein Reichstag statt auf dem die Reichssteuer, das Reichskammergericht und das Fedeverbot des ewigen Landfriedens eingeführt wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt den Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen Blüte schon überschritten. Der Bürgeraufstand 1512 dreizehntel und die Fede mit Franz von Sickingen 1515 zu 1519 zerrütteten die finanziellen Verhältnisse der Stadt weiter. Faktisch war die Stadt zwar eine freie Reichsstadt, aber dem Bischof und der Geistlichkeit, die nach verschiedenen Schätzungen zwischen 30 und 50 Prozent der Stadtbevölkerung ausmachten, war es in zehn Verhandlungen gelungen, derart viele Sonderrechte durchzusetzen, dass der Handlungsspielraum des Stadtrates eng begrenzt war. Außerdem war im Laufe des 15. Jahrhunderts der Einfluss der kurpfälzischen Rheingrafen auf die Stadt stark gestiegen. Zeitweise waren der Wormser und der Speirer Bischofsstuhl von Brüdern des Pfalzgrafen besetzt. Wie in vielen anderen Städten breitete sich besonders im geistig freien Stadtklima das neue Gedankengut der Reformation auch in Worms früh und schnell aus. Beschleunigt wurde dies durch den 1521 abgehaltenen Reichstag zu Worms auf dem Martin Luther gegenüber Kaiser Karl V. Seine in Wittenberg veröffentlichten 95 Thesen verteidigte. Worms wurde zu einem Zentrum und Experimentierfeld der Reformation. 1524 wurde hier erstmals eine deutsche evangelische Messe gedruckt. 1526 veröffentlichte William Tyndale die erste englische Version des Neuen Testaments in Worms. Der Versuch des Wormser Stadtrates in der Zeit des Bauernkrieges 1525 die bischöfliche Bevormundung zu beenden, scheiterte. Worms wurde zwar evangelisch der Bischof und die Geistlichen behielten aber ihre Sonderrechte und den Dom. 1689 wurde die Stadt im Pfälzischen Erbfolgekrieg durch Truppenkönig Ludwig XIV. zerstört. 19. und 20. Jahrhundert von 1792 bis 1814 gehörte Worms zur Ersten Französischen Republik und zum Ersten Kaiserreich. Seit 1815 zum Großherzogtum Hessen als Teil der Provinz Rheinhessen. Der Geometer Konrad Schredel-Sicker erarbeitete 1809 bis 1810 den ersten Katasterplan von Worms. Atlas Geometrik Dela Wilde Worms 1835 wurden. In Rheinhessen die vier Kreise Mainz, Bingen, Alzey und Worms als staatliche Verwaltungsbezirke eingerichtet. Im Zuge der 1874 im Großherzogtum Hessen nach preußischem Vorbild vorgenommenen Reform der Kreisverfassung kam es auch zu einer neuen Kreiseinteilung. Die damals geschaffene Gliederung der Provinz Rheinhessen in fünf Kreise hatte mehr als sechs Jahrzehnte Bestand. Nach der 1937 durchgeführten Aufhebung der drei Provinzen Stakenburg, Oberhessen und Rheinhessen wurde am 1. November 1938 in Hessen eine einschneidende Gebietsreform durchgeführt. Im Umkreis von Worms wurden der Kreis Oppenheim und der Kreis Bensheim aufgelöst. Dabei wurden die rechtsrheinischen Gemeinden Lampertheim bis Tathofheim und Bibelis dem neu geschaffenen Landkreis Worms, der aus dem Kreis Worms hervorging, angegliedert. Die Städte Mainz und Worms wurden als Stadtkreise verselbstständigt. Diese so geschaffene Verwaltungsgliederung hatte bis zum Kriegsende 1945 Bestand. Durch zwei alliierte Bombenangriffe am 21. Februar und 18. März 1945 wurde die Stadt fast völlig zerstört. Der britische Luftangriff vom 21. Februar 1945 zielte auf den am Rand der Innenstadt gelegenen Hauptbahnhof und die südwestlich des Stadtzentrums gelegenen Chemiefabriken. Zerstörte aber auch weite Teile des Stadtzentrums darunter auch die 1709 zu 1725 als Reformationsgedächtniskirche errichtete Dreifaltigkeitskirche, die bis auf die Außenmauern und Teile des Turmes komplett ausbrannte. Der Angriff erfolgte mit 334 Flugzeugen, diese warfen innerhalb von 20 Minuten 1.100 Tonnen Bomben über der Innenstadt ab. In Brand gesetzt wurde dabei auch der Wormser Dom. Durch die Angriffe wurden 239 Einwohner der Stadt getötet, 35.000 Einwohner wurden obdachlos. Insgesamt wurden 6490 Gebäude sehr schwer beschädigt oder vollständig zerstört. Die Innenstadt wurde nach dem Krieg in größtenteils modernem Stil wieder aufgebaut. Die vormalige hessische Provinz Rheinhessen wurde 1946 zum Regierungsbezirk Rheinhessen des damals neu gegründeten Landes Rheinland-Pfalz. Von 1968 bis zur Auflösung der rheinland-pfälzischen Regierungsbezirke 2000 gehörte Worms dem Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz an. Juden in Worms eine herausragende Stellung nahm die jüdische Gemeinde ein, die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine der bedeutendsten im Reich war und zusammen mit der jüdischen Gemeinde von Mainz und Speyer die sogenannten Schummstädte bildete. Ab etwa 960 in Worms belegt genossen die jüdischen Kaufleute in Worms die besonders im Fernhandel tätig waren seit dem 11. Jahrhundert kaiserliche Zollfreiheiten und wie die Juden in Speyer Handelsfreiheit im ganzen Reichsgebiet. In Worms entstand eine berühmte Talmudschule, die auch der bedeutende französische jüdische Gelehrte Rashi besuchte. Eine Synagoge wurde 1034 eingeweiht. Der noch erhaltene jüdische Friedhof, der älteste in Europa, besteht mindestens seit 1058-59 still. Trotz ihrer privilegierten Stellung wurden 1096 als das Kreuzfahrerherr des ersten Kreuzzuges Worms erreichte alle Juden ermordet, die sich nicht der Zwangstaufe unterzogen oder den Selbstmord der Zwangstaufe vorzogen. Nachdem der kaiserliche Schutz wiederhergestellt war, siedelten sich in Worms erneut Juden an. Den Zwangsgetauften wurde die Rückkehr zum Judentum gestattet. Während des zweiten Kreuzzuges konnten sich die Wormser Juden rechtzeitig in Sicherheit bringen. Im späteren 12. Jahrhundert wurde eine neue Synagoge errichtet und ausgebaut. Im 13. Jahrhundert begann die Bedeutung der jüdischen Gelehrten Worms abzunehmen. Erhalten geblieben ist ein Gebetbuch, das Wormser Machsor von 1272, das auch das älteste schriftliche Zeugnis in jüdischer Sprache enthält. Zur Zeit der großen Pest wurde die jüdische Gemeinde in Worms 1349 vernichtet. Im Mai 1353 wurde Juden die Ansiedlung in Worms im Interesse des Stadtwohls wieder gestattet. Grundbesitz war ihnen fortan jedoch verboten und die jüdische Gemeinde erreichte ihre frühere Bedeutung nie mehr. Im Jahr 1615 flohen die Juden erneut aus der Stadt konnten im folgenden Jahr jedoch zurückkehren. Das Judenviertel bestand aus der parallel zur Stadtmauer Verlaufenden großen Judengasse und der nach Süden Abzeigenden hinteren Judengasse und war, für seine engen Wohnverhältnisse berüchtigt, zehn Jahre nachdem die Franzosen 1689 Worms in Schutt und Asche gelegt hatten, entstand wiederum eine jüdische Gemeinde in der Stadt, die aber nicht mehr zu den bedeutenden jüdischen Gemeinden Deutschlands gehörte. Im 19. Jahrhundert lebten etwa 800 Juden in Worms, die 1848 die bürgerliche Gleichstellung mit den Christen erlangten, und im darauffolgenden Jahr wurde mit Ferdinand Eberstadt erstmals ein Jude zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Nachdem sein Vorgänger Georg Friedrich Renz sein Amt niedergelegt hatte, Eberstadt kandidierte mit zwei weiteren Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters. Jedoch erschien der Regierung in Darmstadt der Weinhändler Johann Philipp Bandl als zu radikal eingestellt und der Bürgerwehr Oberist Ludwig Blenker, zu übermütig ohne politische Weitsicht, woraufhin der Handelsmann Eberstadt zu Beginn des Jahres 1849 als Bürgermeister der Stadt Worms vom Großherzog ernannt wurde. 1933 zählte die Stadt gut 1000 Juden, die mehrheitlich nach dem Machtantritt der Nazis wegzogen und teilweise emigrierten. Die alte Synagoge wurde im November 1938 in der sogenannten Kristallnacht weitgehend zerstört. Der alte jüdische Friedhof Heiliger Sand blieb jedoch erhalten. Die in Worms verbliebenen rund 300 Juden wurden in Konzentrationslager deportiert, die nur wenige von ihnen überlebten. Die der alten Synagoge gegenüberliegende levische Synagoge von 1875 überstand zwar die Kristallnacht weitgehend unbeschädigt, sie wurde aber 1945 bei einem der Fliegerangriffe auf Worms schwer beschädigt und 1947 abgebrochen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lebten in der Stadt wieder vereinzelt Juden, es gab aber kein jüdisches Gemeindeleben mehr. Die alte Synagoge wurde vom Staat von 1958 bis 1961 wieder aufgebaut. 1982 wurde das Jüdische Museum im Rashi-Haus eröffnet, dessen Kellergewölbe aus dem 14. Jahrhundert stammen. Anfang des 21. Jahrhunderts leben in Worms mehr als 100 Juden, größtenteils ein Wanderer aus der früheren Sowjetunion. Die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Mainz sind Eingemeindungen 1 April 1898 Neuhausen 1. Oktober 1898 Hochheim Pfüfflichheim 1. April 1942 Hernsheim Horchheim Leiselheim Weinsheim 7. Juni 1969 Abbenheim Heppenheim Heppenheim An der Wiese Ibersheim Feddersheim Rhein-Dürkheim Wiesoppenheim Umgemeindung eines Gebietsteils der Stadt Osthofen mit 181 Einwohnern nach Worms Im Oktober 1937 wurde der rechtsrheinische Erbhöfeweiler Rosengarten aus Teilen der Gemarkungen Bürsthardt, Hofheim und Lampertheim gebildet und in die Stadt Worms eingemeindet. Im Zuge der Grenzziehung zwischen französischer und amerikanischer Besatzungszone fiel er 1945 dem Land Großhessen zu. Bevölkerung Einwohnerentwicklung In seiner Blütezeit um 1500 hatte Worms etwa 6000 Einwohner. Durch die Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg und eine Pestepidemie 1.666 67 sank die Einwohnerzahl auf nur noch 3000. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten 1800 erst 5000 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 bereits über 40.000. Die Eingemeindungen mehrerer Orte 1969 brachten einen Zuwachs von 15.000 Personen auf 78.000 Einwohner. Ende 2014 betrug die amtliche Einwohnerzahl für Worms nach Zahlen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 81.010. Damit ist Worms die sechstgrößte rheinland-pfälzische Stadt und die viertgrößte im Rhein-Neckar-Dreieck. Worms hat einen Ausländeranteil von 16,3%. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund lag in Worms an allgemeinbildenden Schulen bei 22%. Damit wird die Liste im Städte-Vergleich Rheinland-Pfalz nach Ludwigshafen und Mainz angeführt. In den Tageseinrichtungen hatten Anfang 2015 über 49% der Kinder einen Migrationshintergrund. Worms lag 2005 mit einem Durchschnittsalter von 41,5 Jahren an zweiter Stelle der kreisfreien Städte hinter Mainz. Damit hat Worms auch im bundesweiten Vergleich eine relativ junge Bevölkerung. In Rheinland-Pfalz beträgt das Durchschnittsalter 41,6 Jahre und im Bundesgebiet 41,8 Jahre. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1820 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes. Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die ortsanwesende Bevölkerung, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt. Am 31. Dezember 2012 verteilten sich die Religionszugehörigkeiten der Einwohner folgendermaßen. 30.264 evangelisch, 23.046 römisch-katholisch, 7.154 sonstige, 22.996 ohne Angabe, 34 jüdisch, 20 frei religiös, 8 altkatholisch.